So, hallo lieber Junge oder Mann aus der Fangemeinde, du hast mir geschrieben, dass du dir noch mehr solcher Dinger wünschst, ja? Hier kommt das nächste, wo ich auf dem Klo sitze. Ja, einen anderen kann ich dir nicht bieten, ich muss ja nehmen, was vorgegeben ist. Ich wünsche dir und den restlichen Leuten viel Spaß, auf jeden Fall. Aber, ja, ich kann ja sagen, was ich heute mache. Ich sitze jetzt erstmal auf dem Klo, dann gehe ich in der Badewanne und dann habe ich heute einen Fotojob. Ich bin nämlich Fotograf. Ja, bin ich, ich bin Fotograf. Ich habe viel am Hut mit Singen, ich mache tausend Sachen, ich bin ein Around-Talent. Ich bin so everybody's darling, ich tanze auf verschiedenen Hochzeiten. Und jetzt muss ich gerade mal mein Handy hier checken und mal rinkicken, ob ich irgendwelche Nachrichten habe. Ah ja, oh ja, ich habe ein paar Nachrichten. 15 Nachrichten. Ja, ja, das sind alles Freunde, Kollegen, Weggefährten, was man so hat, was sich so ansammelt. Ja, ja, und dann will ich es mir richtig nett machen heute. Und wollen wir mal gucken, ob das Wetter auch schön ist. Ja, so ist es. Ach, ist es schön, mit den Füßen zu wackeln, während ich hier auf das Telefon gucke. Was hat mir da innerlich geschrieben? Du hast ja gestern nicht angerufen. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Sigurd, dass ich nicht angerufen habe. Ich hatte was anderes zu tun. Ich habe auch gestern auf dem Klo gesessen und habe auf meinem Telefon rumgedaddelt. Ja, ja, da bin ich immer gut beschäftigt. Tralalala, 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 was sch...